Und ja, was ich auch noch ansprechen wollte ist, ich habe in Planung mir einen eigenen TS-Server zuzulegen, wobei ich mir aber noch nicht sicher bin, wie viele Slots ich nehmen soll. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Interesse hättet, dass ich einen eigenen Server mache zum Labern und zum Zocken mit euch. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Jo hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde EnderGames hier wieder auf dem GOMHD.net-Server und wir sind heute, glaube ich, das Kind Holzfäller. Ja genau, weil ich habe vergessen, mir ein Kind auszuwählen. Geil. Und ja, Holzfäller-Kid. Super dupe. Geil, damit können wir richtig viel anfangen am Anfang. Ganz viel Holz sammeln, obwohl das eigentlich praktisch ist. Ja. Und ihr seht schon, ich habe ein neues Texture-Back. Ähm, ich weiß gerade aber, oh, es leckt bei mir. Ja gut, das, ja. Was ist jetzt los? Hallo? Wow. Okay, Props an die Server hier. Ähm, ja, ich habe ein neues Texture-Back drin. Ich weiß aber gerade nicht, wie das heißt. Und ja, ist ja auf jeden Fall auch egal. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir gerne mal unten in den Kommentare. Und so, das Holzfäller-Kid ist dafür gut. Ähm, und ja, schreibt es mir dann ruhig in den Kommentare, was das für ein Texture-Back ist. Ich weiß es nämlich gerade nicht aus dem Kopf. Ist ja auch Wayne, ne? Wir wollen heute eine richtig geile Runde reißen hier. Und, äh, huch, ja, so. Gut, wir müssen jetzt eigentlich eher eine Enderkiste finden. Aber, äh, das sieht überhaupt nicht so aus. Und der Typ macht mir ein bisschen Angst. Ähm, ich hoffe jetzt einfach, dass wir noch eine finden. Oh, ja. Gut, mit zwei Dias. Na, oh, wir haben die zwei Dias. Mega geil. Boah, war das knapp. Boah, ein bisschen Lack gehört auch dazu, meine Freunde. So, und dann machen wir uns doch gleich direkt mal das... Nein, wo sind die Dias hin? Die hatte ich doch in meinem Inventar. Willst du mich eigentlich verarschen? Hm, ja, mega geil. Äh, danke Server daran, dass du mehr Hoffnung gemacht hast. Ha. Oh, da ist direkt auch noch eine... ...Tour. Oh Gott. Ich hab mir gerade noch mal das Fleisch besorgt. Ah, mit... Okay, ist ja mal... Ist ja auch gut. Man soll sich ja nicht beschweren, ne? Ich hab jetzt Angst, dass einer von hinten kommt oder so. Okay. Die machen... Das machen wir uns jetzt aber noch schnell, das Dias-Schwert. Zack. Da haben wir auch das Dias-Schwert. Gut. Ähm. Oh. Da unten ist der. Und auf einmal haben wir ein Holz-Schwert. Ach, ein Dias. Ach, ein, äh, ne? Hä? Äh, Eisenschwert. Wow. Switchy Mitchy hier. Und... Ja. Oh, huiuiui. So gut. 15 Blöcke. Der ist hier irgendwo. Warte mal, wo ist... Oh, ich komm gerade nicht klar. Okay, in die Richtung. Da unten. Hock da. Er hat Rüstung. Und den klatschen wir doch. Den zermüllen wir. Den zermüllen. Den machen wir einfach zu Müll machen wir den. So, dann packen wir den mal auf 2, das auf 3. Wir haben Idea, wir haben Rüstung. TNT brauchen wir nicht. Den Bogen könnten wir sicher gebrauchen. Zack, auf geht's. Perfekt. Ähm, und ja, was ich auch noch ansprechen wollte ist, ähm... Ich hab in Planung mir einen, äh, eigenen TS-Server zuzulegen. Wobei ich mir aber noch nicht sicher bin, wie viele Slots ich nehmen soll. Deshalb schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Interesse hättet, äh, dass ich einen eigenen Server mach zum Labern und zum Zocken mit euch. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt's mal unten in die Kommentare. Und damit ich ungefähr weiß, wie viele Slots ich da mieten soll am Ende. Weil, äh, wenn ich zu wenige miete, dann beschweren sich welche, dass sie nicht drauf kommen. Und wenn ich zu viele miete, dann ist mein Geld weg. Ähm, weil ich da ja noch nicht so der Typ bin, der da gesponsert wird und alles. Äh, deshalb schreibt's mal in die Kommentare. Hä? What the fuck? Hä? Was war das? Habt ihr das gesehen, Leute? Ich, ich kenn mich nicht mit Hex aus, aber... Oh, das ist wieder so ein ganz cooler Ball. Ähm... Hat der vielleicht... Ich weiß... Oh, nice! Es könnte auch Känguru gewesen sein, aber da bin ich mir halt jetzt nicht sicher. Das kam... halt eher so rüber, als wenn der Hex drin hat. 85 Blöcke. Haben wir doch, hier haben wir noch Blöcke. Damit bauen wir uns jetzt mal kurz hoch, damit wir hier an den Staff von dem lieben Herren kommen. So, was hatte der? Das hatte der und mehr auch nicht. Das Feuerzeug. Ich kann damit eh nicht umgehen. Leute, ich bin da, äh, PvP-Noob schlechthin. Und wir sollten was essen. Oh Gott, das Essen, es geht uns wieder flutschen. Hatte der was? Der hatte auch noch was. Oh, jetzt ist es weg. Props an mich. Und wir stehen schon wieder viel zu lange rum. Obwohl, 200 Blöcke, alles easy. Dann snacken wir uns hier noch schön das kleine Schwein. Und, ähm, ja, dann passt das auch. Die Runde läuft bis jetzt einigermaßen gut, was mich freut. Weil ich noch nicht so oft versucht habe, jetzt hier aufzunehmen. Und ich merke gerade, mein Mikro ist gerade ein Stück weiter weg als sonst. Also es kann sein, dass ihr mich jetzt schlecht hört. Wir haben sechs Eisen. Was heißt schlecht hört, ne? Aber anders. Also, falls das jetzt so sein soll, dann tut es mir leid, meine Freunde. Gut, wo ist der? Okay, er kommt auch nicht näher. So was brauchen wir denn? Mit sechs kann man sich doch eine Schnee... Nein, dann machen wir uns halt einen Helm. Auch nicht schlimm. Oh, hallo Schwein. Und ne Hose. Äh, der Bogen kann weg. Zack, zack, zack und zack. Dann haben wir hier noch paar Bottles am Stissel. Die packen wir uns auch nochmal drauf. Und das Fleisch. So. Gut Equip. Uns fehlt nicht mehr viel. Also, äh, ne? Oh, wurfbarer Trank der Schnelligkeit. Den können wir uns eigentlich auch mal direkt nehmen. Zack. Und dann geht's Richtung Gegner. 180 Blöcke ungefähr. Gut, ist ne äh, schöne weite Entfernung. Ne? Und ja, wir haben jetzt zwei Level. Vielleicht kommt uns ja auf dem Weg noch ein schöner Verzauberungstisch entgegen. Und wir können unser Schwert nochmal kurz verzaubern. Wir rennen natürlich auch mega gut. Ähm, weil dann bräuchten wir auch keinen Diaschwert. Rennt der vor uns weg? Ne. Bleibt stehen. Anscheinend so wie es aussieht. Oh. Hoi. Oh Gott. Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. Nicht so sterben. Oh Gott. Oh. Heidewitzka. Oh Gott. Komm her. Oh. Da ist der erste down. Nein. Und dann sind wir down. Verdammt. Da kommt noch ein Swarrowcar. Oh. Auf jeden Fall. GG. Ähm. Oh nein. Ah kacke. Wie weit waren wir denn? Ja. Es geht. Ne. Boah. Ist das... Das ist ein kleiner Schnorrer, ne? Nein. Ah boah. Das gibt es nicht. Leute. He. Na gut. Äh. Wir waren auf jeden Fall dann halt zwe... Huch. Was ist denn jetzt hier los? Wir waren auf jeden Fall ähm... Zweiter. Waren uns schnieke Runde. Wenn... Ihr das auch findet, dass es eine schnieke Runde war. Äh. Schnieke Runde war. Äh. Dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Weil das pusht einen natürlich so ein bisschen. Und man freut sich so, dass euch das gefallen hat. Ähm. Und ja. Wie gesagt. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und ich würd sagen. Haut rein Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.